Der neue Trailer zum Film One Piece Stampede ist ja vor kurzem rausgekommen und dort gibt es wieder einige nette Details. Doch dieses Mal geht der Film wohl zu weit, denn es gibt einen übergroßen Spoiler zum Manga, dem bisher kaum jemanden aufgefallen ist. Doch wir fangen von vorne an. Zuerst kriegen wir den Charakter Buena fester zu sehen, welcher sich in einer Burg aufhält auf einer unbekannten Insel. Hinter ihm sehen wir eine Menge an Bounty Postern der verschiedensten Charaktere aus One Piece. Dann sehen wir in der nächsten Szene auf dem Fest einige bekannte Charaktere wie Panda Man, Schneider und sein Hund Buzz vom elften One Piece Film, sowie Miss Monday, Mr. Nein und ihren Sohn. Als nächstes sehen wir, dass extrem viele Flaggen auf der Insel hängen und die meisten davon kommen uns bekannt vor. Darauf folgend sehen wir Donald Moderate, welche zu einer großen Gruppe spricht. Vermutlich erklärt er die Details des Schatzrennens, wenn man die ganzen Schiffe dort sieht, die da stehen. Danach sehen wir einen neuen Charakter, den man nur aus einer Tokyo Tower Live Show kennen und zwar Anne, welche zusammen mit Moderate das ganze moderiert. Sie besitzt die Visionsfrucht, was ihr erlaubt Illusionen und Visionen zu erzeugen. Die Masse jubelt und unter ihnen befinden sich auch bekannte Figuren. So sehen wir die Risky Brothers Capote und die Makro Bande. In der nächsten Szene sehen wir Smoker und Tashigi wie sie Zeitung lesen. Auf der Zeitung steht groß als Überschrift, der Krieg hat gestartet. Die Frage, die sich hier aufdrängt, welcher Krieg ist gemeint? Ist es das Schatzrennen? Oder die Geschehene auf Whole Cake Island? Big Moms erscheinen auf Wano Kuni oder ein völlig anderer Krieg? Als nächstes sehen wir Buggy durch die Gänge fliegen und Alvide und Mr. Free hinterher rennen. Und darauf haben wir doch alle gewartet. Wir kriegen eine Szene mit Bullet. Auf seiner Jacke hat er einen roten Totenschädel mit offener Schädeldecke zusammen mit der Nummer 09. Ist dies seine Startnummer beim Rennen oder hat die 09 eine andere Bedeutung? Plötzlich ändert sich die Szene komplett und wir sehen wie Piraten und Marine Leute wegrennen und wie sie in die Luft geschossen werden, vermutlich durch Bullet. Wir kriegen auch einen kleinen Blick auf seinen Steckbrief, jedoch wird das Kopfgeld verdeckt. Nun belohnen sie uns noch mit ein paar Kampfszenen. Wir sehen Sanchi wie er gegen Smoker antritt, was ich mir als sehr interessanten Kampf vorstelle. Denn bisher haben wir Sanchi noch nicht großartig mit Rüstungshaki kämpfen sehen, aber anders würde er gegen Smoker ja nicht ankommen können. Dann kommt noch Zorro vs Fujitora in die zweite Runde nach Dressrosa. Ein wahres Schwertkampf Duell, ob Fujitora wohl auch seine Teufelsfrucht benutzt oder gegen einen Schwertkämpfer nur mit seinem Schwert antritt. Und zu guter letzt hätten wir dann noch Ruffy in seiner Snakeman Form, wie er und Bullet sich gegenseitig eine reinhauen. Doch das war noch lange nicht alles. Wir sehen das Ausmaß von Bullets Teufelsfrucht, als er einen riesigen Roboter erschafft. Vor ihm stehend Ruffy, Bonnie, Kid, Killer, Hawkins, Drake, Urush, Apu und Batch. Im Grunde alles Supernovas außer Zorro und Law. Doch leider scheinen sie kein Gegner für Bullet zu sein, denn in den nächsten Bildern sehen wir sie alle angeschlagen. Kid wirkt müde, Killer liegt verletzt am Boden, Batch ist zu Boden gegangen, Apu sieht aus als wäre er erschöpft auf dem Boden sitzend, Hawkins in seiner Teufelskraft Form liegt am Boden und Urush wird gegen Drakes Drachenform geschlagen. Ganz am Ende sehen wir weitere Charaktere die antreten und zwar Sabo, Boar, Buggy, Smoker, Luchi und Law. Doch nun zum großen Reveal. Denn unter all den Bounty Postern die an der Wand hängen, hängt auch ein Bounty Poster auf dem der Name Shiki steht. Leider erkennt man auf dem Bild nicht richtig, ob es wirklich der Goldene Löwe Shiki ist. Und auf dem Steckbrief sehen wir ein Kopfgeld von 60 Millionen Barry. Hat hier der Film etwas geleakt? Würde ich gerne glauben, doch 60 Millionen als Kopfgeld wäre für Shiki ein Witz. Mögliche Erklärungen hierfür sind. Es ist tatsächlich das Kopfgeld von Shiki, wurde aber ab 60 Millionen Barry aus irgendeinem Grund eingefroren von der Weltregierung. Oder aber auf dem Steckbrief steht zwar Shiki, aber derjenige der es gemacht hat hatte keine Ahnung von One Piece und hat irgendeinen Bounty drauf gesetzt. Oder auf dem Steckbrief sollte eigentlich ein anderer Name stehen. Es wäre aber auch möglich, dass es einfach nur ein alter Steckbrief von Shiki ist. Oder derjenige der es gezeichnet hat, hat ein oder zwei Nullen vergessen. 4. 10. 10. 11. 11. 12.